Doch! Oh, ich bin Pimber! Ich kann die Aufnahme starten. Schon wieder. Also! Da war jemand reich! Wer war reich? Ja, nicht reich! 1, 2, 3! 3, 2, 1! 1, 2, 3! Er war einfach... äh... ...bordlich genug, um zum nächsten Laden zu gehen oder irgendwas in der Art. Und sich dann endlich gern zu kaufen. Ich bin erster in der Aufnahme! Erster! 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 Hä? Was ist der größte Dayboard aller Zeiten? 20 Schnitten! Marcel gibt's gar nicht. Er ist eigentlich nur ein Spam-Bot. Ja, genau! Erster! 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 Ich bin auch! Warum... Ganz ehrlich, warum sieht Blitzcrank aus wie so eine Waschmaschine? Weil er eine Waschmaschine ist! Ne, 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 das ist mir gerne eben auch nicht, weil der hat genau so einen... Eine Waschmaschine mit einem ausbaubaren Arm! Wer ist der nicht? Ja... Keine Ahnung. Und dann schließen sich selbst kurz, das ist die Ulti. Bin ich jetzt erster gewesen? Ja, bist du glaube ich schon. Geil. Wie? Ja, genau. So, mit wem gehe ich auf ein Lane? Ich möchte jemanden Tolles. So, mal sehen, was ich mir hier zusammenbasteln werde. Komm, ich geh mit dem Blitzcrank. Äh... Fünffachstun bitte. Du kannst sie doch nicht töten. Ich brauche jemanden, der Damage macht. Ja, und? Mit meinem gutem Aussehen werde ich sie, äh, zu Tode... Hypnotisieren. Zu Tode hypnotisieren. Ganz genau. Lux hat schon... Nein, wieso ist Lux schneller als Blitzcrank? Aha. Weil ich besser bin. Und jetzt schon, ja, auf Stufe eins eiskalt 30 AP reingehauen. Jep. Hehehe. Und Magie... Und Magie... Ah, ja, aber niemand toppt any 32 AP. Dafür hab ich mehr Leben. Hier sind alle Fische. Bissin ekliger, so. Hast du jetzt davon. Danke. So. Shit! Ey, Blitzcrank hat mehr Attack... Damage als ich. Wird mich belastet. Ich hab 55. Und... Verdammt. Wieso habt ihr alle so gottverdammt viel von dem Zeug. Das ist unfair. Wo kommt denn da ein Ding, ne? Ein AP. Deugsinn. Vor allem, wie der Twisted Fail euch beide getroffen hat. Was? Der hat uns beide getroffen? Ja, ich hab gerade eben nicht aufgepasst. Ich hatte Besseres zu tun. Ja, das macht eh eigentlich nicht. Ja, ist ja auch ein Twisted... Ist ja nur ein Twisted Fail, also. Sogar Annie hat mehr... Du Haar, nee. Ich kenn's. Ja, ich hab ja auch gerne Lebensruhen, ganz ehrlich. Ich hasse Lebensruhen. Jetzt ehrlich, ich hab nur zwei weniger Schaden als ich. Ich hab nicht mal irgendwelche Runen, also nachher. Ich hab immer dieselben für jeden Helden. Holst du mir was? Holst du mir was ran? Hühnchen. Hühnchen. Wo war der Stun? Der ist alles schlecht. Der Stun? Der hat sich nicht aktiviert! Was meinst du, weswegen ich mich nicht so gewundert habe? Ich hoff, der ist kein AP-Penis. Ey, was ist denn da? Boah, ja, super! Das wird lustig, ey. Ich seh da schon, komm. Ich hab wieder die Pfeife mit auf der Läne. Boah, Ebola, pass auf. Pass bloß auf, ne? Ja, ich hau die da rein. Wenn du aggressiv spielst, dann muss ich mal die Stun. Äh, ich will jetzt mal... Komm schon. Wir werden jetzt mal wissen, ob der funktioniert, dieser Stun. Nein, der schutte also. Ach, und der greift uns gleich ausm Busch raus, ich seh das schon. Ah, ja. Ja, der sieht diesmal aktiviert. So funktioniert der nicht. Nein. Ah, sehr schön, sehr schön. Und der spielt ja wahrscheinlich zum ersten Mal und ist mega schlecht. Oh, Mann. Was? Das war ja wohl... Power! Oh Gott, ich seh eine Stun-Karte fliegen. Nee, doch nicht. Oh, sehr schön. Oh, ich liebe Twisted Fate. Er macht genau das, was ich will. Aber nicht episch. Dem... Ui. Ui. Ui, ui, ui. Mach sie tot. Wie ein... Alter, mein Spell-Shield ist, glaub ich, auf der... Äh, also auf dieser... Dieser, äh, hier. Auf der Lane, glaub ich, richtig mies. Wenn ich das richtig setze, dann... ...kriegt mich keiner von den beiden, wirklich. Weder TF mit seinem... ...mit seinen... ...Stun-Karten. Schräg sprich, mit seinem... ...dreckigen Q-Spell, weiß gar nicht, wie der heißt. Und... ...und der kleine Greifarm eh nicht. Der kleine Greifarm. Der kleine Greifarm. Ja, hallo. Ja, ist voll winzig. Kleiner als ich. Wir müssen aggressiv spielen. Ja, noch aggressiv. Mit dem reichen Nippelzick. Ja, dass ich einfach mal rein charge auf den Twisted, dann... ...tätig Annie jetzt an den Nippeln zu mir, das kennst du mir klar. Hahaha. Und dabei dreh ich noch. Ganz genau, so angepisst bin ich schon. Kipps gleich. Ja, doch, der stimmt. Boah, man. Oh, alter Schwede. Sehr schön. Flash-Auto-Attack. Das ist das Einzige, weil ich mit Luke's Kanten. Außer Lasers abfeuern. Ja, die haben wir schon mal vor. Boah, nein, glaub ich, den Fallschieser. Z. Z. Nicht viel, Jungs. Nein, 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 nein. Er kriegt mich, er kriegt mich, er kriegt mich. Ich hab Angst. Zack. Ja, jetzt kriegt er nicht. Nein, kriegt er nicht. Ich bin so gut. Uuhuhuhu. Uuhuhu. Nein! Perfekte Axt. Oh mein Gott. Oh, shit. Und das war das Ende. Ja. Das Ende einer langen Reise oder so. Ähnlich. Ey, weißt du was? Oh, da ist wieder der Kett. Ebola, nicht, äh, ich baue mir starks Leiden zuerst zusammen, ne? Äh, nee, nicht zuerst, aber ich baue mir das irgendwann dann zusammen, ja. Also ich baue mir das zusammen, so. Jetzt habe ich's. Ein bisschen harassing. Oh, das ist ja sehr schön. Oh Gott, er ist schon Level 5, wie das denn? Die Annie hat keinen Mana, die ist schlecht. Ja, ich versuch die gleich mal zu ziehen. Das wär schön. Aber der Erkenntniswächer. Ja, ja, der Erkenntniswächer hat auch viel Energie, der könnte nicht killen. So, oder er schreibt mich, schau die eiskalt an, ne? Doch, wenn er so ein bisschen mehr, wenn er 140 Mana hat, kann der uns nicht ranziehen, ja. Coole Sache, sehr schön. Finde ich super. Na, gute Gelegenheit. Dann guck mal zu stun. Ah, ein Millimeter, ein Millimeter hat gefehlt. Sie hat ein Stun-Ready jetzt, da ich nicht so schlau. Na, wenn sie dich dann Stun-Ready nicht ranzieht, dann bist du definitiv... Ich will laut, pass auf, ne? Nicht, dass die da ein Wort haben oder so und er dich rauszieht. So, nicht dein Kreis-Ding da und kannst damit ein bisschen die Land-Damage... Kreis-Ding da, das Kreis-Ding da, das Kreis-Ding da von wem? Ja, mein Kreis-Ding... Kreis-Ding... Du meinst, du meinst den Cage. Und nein, damit... Machst du damit überhaupt Schaden? Das Ding. Ja, klar. Alle Fähigkeiten waren nur... Ich fahr' genau, weil du fahr'nst. Nein, nein. Ja, ja, das hab' ich grad' übersehen, sonst mach' ich das auch immer, weil ich... Wenn ich so'n Blitzklank auf der Land habe, dann guck' ich meistens so... Penibel auf deinen Grab. Etwa so. Hm? Hu, hu, hu. Noch einmal rein, Charge-Natter-Down. Bitte, SSS? Gott, dann hab' ich Angst. Wer, wer ist denn in der Mitte? Achso, Weiger. Weiger. Weiger ist da. Mann! Das gibt's doch nicht! Verdammte Kacke! Stand der mich noch vorm Turm, Achtung, mei... Jetzt vorm Turm? Nein, die kriegen mich direkt noch... Nein! Mädchen, nicht viel. Dammit. Ja, sehr schön, Teralas, das ist super. Ich meine, ich gleich... Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Ach, was soll's. Ich gehör' nicht zu denen. Ja, klar. Ich bin hier rein und ich bin ein Random-Spieler, den sie hier verheern holt. Ja. Ja, klar. Du willst ja auch nicht zu uns gehören, weil wir einfach so gut sind, so blendend gut. Das blendet deinen Augen, so gut sind wir, ja? Ja, sehr schön. Autsch. Hui. Laserbeam! Juhu. Freut mich. Ach, du hast, ey, ja, dann kommen wir jetzt mit'n Kill. 1, 2, 0 in der Suche, ich seh' schon. Ich geh' wieder ab wie Sau. Sehr schön, den kriegst du, den kriegst du! Nei, Stunnen. Äh, passt bloß auf vor, vor dem kleinen, äh, Typ. Äh, hier. Bring' den einmal rein, er ist auf der Down. Wie vorsichtig die gewonnen sind. Jetzt! Ah, da waren die nicht, weil das war zu schnell. War zu schnell. Ja, das war aber. War zu schnell. Oh, schade. Oh, du hast dich geblitzt. Da laute Angst. Ja, die hat Stunnen. Pass auf. Uff. War ganz ruhig. Ja, ich wollte eigentlich auch gar nicht hinterherlaufen, aber dann hab' ich gemerkt, dass ich die anvisiert hatte. Wieso auch immer. Wir sind ja beide ganz, wir haben zwei Kills gemacht. Sehr schön. Ich hör' mir gleich Mejas, dann müssen wir noch mehr machen. Wir haben auch mindestens zwei gemacht, aber irgendwie sind beide nicht gestorben. So, ihr hätt's jetzt... Na! Fuck! 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 Hui! Fresst! Oh, da hab' ich dich beschützt, Junge. Ey, da hab' ich dich beschützt, Junge. Ja, hallo. Ich hab' mit meinem Schild, bin ich... Da hab' ich mein Schild eingemacht und eiskalt dazwischen gelaufen. Zwischen Ebola und den langen Armen der Maschine. Ja! I fire my lasers! Das ist halt so krass. Das ist halt so krass. Ein Crap und ich geh' mir halt meistens tot. Nein! Alter! Wix Kuh! Oh Gott! Oh fuck! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Und ich hab' mit meinem Schild, ich habe ihn zuerst hast. Aber ich überlebe das! Ich geh' mir Boots schnell holen und ja, so'n Zeug und dann bin ich wieder da. Und dann kannst du ja abgehen und dann killen wir sie wieder. Guck, wieviel cool bin. Pulldown-Reduction-Boots. Damit schnell gekrabt werden kann. Wow! Ich brauch noch ein bisschen. Finde ich den Beil da im Gebüsch, ne? Äh... Merk, schade. Da meinte die Aufnahme sich beenden zu müssen. Sorry, das tut mir leid. Nein! Nein! Das war episch! Ich hab es im Blut. Verdammt, ich hab jetzt nicht mehr genug Geld für einen Mahnerzank, aber wir werden ja sowieso keinen Schaden. Cool, ne? So, aber da hab ich direkt Mejas, das heißt, jetzt können wir direkt kennen. Ja, ist gut, jetzt wird die Leute krass. Mit ist wieder S? Mit ist ja da, man hat der Typ Schiss. Oh, schade! Ich hab Schiss, ey. Ach, schade, ich hab Schiss, ey. Ach, Schiss, da ist das, ja. Annie ist in der Mitte, denke ich. Aber nicht, dass es in der Mitte auskommt, also doch ja, muss. Nee. Oh, ja. Ist nicht. Ach, verpisst euch doch mal, ey, das geht gar nicht. Ich komm euch mal da unten helfen. Sehr schön. Ihr könnt's gebrauchen. Du, 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 du. Komm, Cannon. Cannon, sei mutig. Sei mutig. Sei ein wahrer Ninja. Und trau dich um mich. Ich glaube, dass wir gewartet haben. Komm, Cannon, komm. Put, 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 put. Hier ist keiner. Hier ist überhaupt keiner. Mu, 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 mu. Na komm, Muschi. Wow. Annie, auch noch du, Alter. Leck. Ja, komm. Zack, Annie, miss. Hau, renn weg, renn weg. Ach komm, wir gehen da drauf und ich versuch den einfach zu ziehen, das ist ne Lücke. Er geht mir auf die Eier mit seinem, da hinten gestehe. Irgendwann steht der Ungünstige oder ist er drin. Und dann war's das für ihn. Und jetzt hol ich ihn sogar im Tower. Jetzt zum Beispiel. Nein. Nein. Ich hab schon den Finger. Der Finger hat schon gezuckt, ey. Rennt Tibbers versus Tibbers. Oh Mann. Und da rennt Tibbers quer durch den Wald. Eiskalt. Thomas Down. Vor allem, der versucht nie mit dem Skillshot auf einen zu werfen, ne? Ist ja mal aufgefallen. Entschuldigung. Ja, aber trotzdem, auch so, als der noch mutig war. Richtig aus. Nein. Mann. Ich hab ja noch genug Mörder, von daher. Bottlene läuft gerade richtig beschissen, ey. Das ist ja zum Kotzen. Ich mach nicht. Mein Gott. Kaum habe ich Majors, sind sie viel zu vorsichtig. Wow. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Oha, Blitzcrank. Weg, weg, weg. Oha. Ich hab jetzt gedacht, wir gehen drauf auf ihn. Ja, Annie. Annie. Komm. Annie ist lecker. Annie ist dauerlecker. Ist der irgendwo hier? Oh Gott. Die haben Twisted, oder? Twisted. Ist in der Mitte. Twisted fail. Komm. Den warnet ich doch mit meinem Leger. Ja, was war ein bisschen denn Scheiß? Oha. Junge, pass auf. Mein Gott, wir müssen uns einen von den Krallen. Jetzt, Annie. Annie, Annie, jetzt. Was wollt ich? Die ist weg. Sorry. Bitch. Bist du auf Ansage? Jetzt. Dann nimm was weg. Das war ein bisschen gefällt, aber egal. Alter, kann es sein, dass der Arm von ihm auch immer länger wird? Ja, aber gut. Du hast ja eben, Major. Also von daher ist das eh schlauer, wenn du die Jensee die killst kannst. So. Jetzt. Nein. Fuck. Ich hab den Zehnten alles drauf gehockt, ey. Mit mir war's egal. Kill. Lol. Alter, ich hab voll Angst vor seinen Karten. Der Ninja hat mich. Hey Ninja. Ja. Komm, ich find Annie. Dann geh ich noch weg. Das ist sinnlos sonst. Aber ich bin gleich wieder mit. Oh, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Und ich krieg nicht genug Geld zusammen. Das gibt's dann nicht. Soll ich überhaupt jemals wieder den Laser für sie verschwenden? Aber das war Kaspeldeck, das eben von mir. Ja. Da hingehauen hab. Komplett in die andere Richtung. Und sie könnte halt echt gar nicht mehr. Boah. Das ist, das war der Erdeck, der Sinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haha. Fuck. Nein, nein, lass rennen, 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 rennen. Glaubt, die kommen nach oben. Jetzt muss ich jetzt mal kurz weggehen. Okay, jetzt geh ich aber weg. Ja, geh weg. Hier, ein bisschen. Der Weiger kann übrigens nichts außer Stun. Das reicht ja schon. Mhm. Das reicht. Bin gleich wieder da. Gegen Sevilla hat er keine Chance, Alter. Oh, das scheiß Ding. Und fertig. Kann ich eigentlich mit meinem E-Spell, kann ich da eigentlich durch den Stun durchlaufen? Canon und Blitzcrank. Was? Und ja, Twisted Drake kommt irgendwo. Wer weiß wo. Pass auf, die haben euch da gesehen. Und nicht, dass die jetzt von oben kommen, weil oben ist Mist. Ja. Okay. Ähm, ich bin wieder auf dem Weg. Einfach mal auf den kleinen Wechsel drauf. Komm mal endlich einen Tower hier unten, der ist schon weg. Verdammt. So, so. Juhu. Nein, Ebola, das ist mein Free-Geld. Free-Geld vor allem. Free-Gold. Meins, meins, meins. Scheiße, die sind so viel schneller als ich. Oh, Canon, Canon, oh. Canon ist aber so ne kleine, so ne kleine Ratte, ne? Ja, der ist wirklich so ne Ratte, ey. Den treff ich nicht, ich baue Annie wieder. Annie ist Opfer. Die zwei in der Mitte sind jetzt auch weg, die kommen wahrscheinlich alle gerade top. Ah. Der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Uah. Ja, ich bin tot. Ich lebe. Wieso überlegst du? Ich lebe. Lange. Komm, ich hab Tränke, ey. Kein Pocket-Zug zu teleportieren. Einen Trank hast du noch. Hehehe. Oh Gott, das sind alle. Gut erkannt. Alle kommen leben und ruf die Buddha-Schnecke. Nein, jetzt hab ich den Bär gezogen. Oh Gott, sind... Das kann es sein, Alter, dass du... ...dick mit 10 HP noch... ...sie alle entkommen, ey. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Nein! Da crappt er mich. Boah, so'n Anfall. Nein! Aua! Geil, Alter! Und, äh... So. Boah! 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 Was? Wie, da bin ich jetzt immer nur so mit Kotenschwarzen auf der Lane, oder was? Ach so, Schande! Hehehe. Leute! Achtung! Ulti! Ja, der ist hier. Ach so, der ist oben. Äh, geht. Ja. Bin auf dem Weg, ich crapp den jetzt und dann ist es weg. Shit, ich hab keinen Mana. Es kann eben alles für die Minions draufgegangen. Boah, die Ulti. Hä? Hat man das gesehen? Der Stunt ist durch... ... das ist weg, durchgelaufen. Äh... Oh, wie schnell der ist! Oh Gott, das sind alle. Lass es umdrehen. Lol. Alter, das war voll Lane. Das sind auch immer, dass da alle waren. Twisted Fate, ey. Shit, 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 shit. Ich hab keinen Mana. Der, der, der greppt nicht. Äh... Ja, okay, damit bin ich down. Na, haha, wie geil! Wenn er sechsmal greppt, dann hab ich's down. Oh Gott. Sorry, Muzzled, da, äh, kann ich nichts machen. Ja, Ren. Ren, lass mich zurück. Nein, das gibt's auch nicht. Ich will nicht überleben. Verpisst euch. Äh... Alter. Der Twisted Fate ist irre. Hecker oder sowas. Die Welt ist geil. Kann doch nicht anders sein. Ich weiß. Das war nicht legitim, was er da gemacht hat. Ich lobe Team. Ja, lass den Löwe fallen. Den kannst du nicht treffen. Nicht unnormaler. Wow! Du denn! Laser! Hätte eh nicht gereicht. Ja, und ich renne am besten noch in den Sunrine. Nein! Nein! Dann Ryan. Und dann nein, Schwein. Nein! Du hast ein bisschen wenig. Ich weiß. Möchte ich nur mal so. Ein Blitz ist hier bei der Kante und du bist tot. Ja, dann hole ich nur von Minions. Ja, komm! Komm hier! Ja, das hat sich dann erledigt. Ich hasse Twisted Fate. Habe ich das mal erwähnt? Ja, ich hasse ihn dafür, dass er einfach durch meinen Stun durchgelaufen ist. Ganz ehrlich, das Beste, wenn Twisted Fate seine Ulti anmacht, ist ins Gebüsch dann. Weil er sich dann nämlich selber nicht ins Gebüsch borten kann. Jaja, ich kenn mich aus. Ja, der Experte teilt wieder sein unglaubliches Fissen mit uns. Ja, ich hab lang genug selber TF gespielt. Und ich hab ihn gehasst. Ah, alle Mitte. Ja, ich hasse Mitte. Und ein Twisted Fate kommt uns vielleicht... Nein, kommt er nicht. Schade. Aber du pickst mir ja was raus, ne? Ist hier was drin? Nein. Schön. Nein. Für die Honour. Nein, ich wusste. In der Sekunde wusste ich. Oh, Angst. Oh. Wie er nicht gezogen wurde. Ich eiskalt die Maschine anzünde. Äh, Häusper, sorry. Nein. Und ich renne rein. Wie furchtbar, sorry. Oh, Weiger geht drauf. Ja, ich hab noch einen Mann gekriegt. Oh. Oh mein Gott. Nein. Was passiert? Scheiße. Wir haben Acht gemacht. Wir haben den Tower, Tower, Tower. Wir haben irgendwie einen Acht gemacht. Irgendwie. Weiter, weiter, weiter. Oder leben die alle schon wieder? Die kommen, eine lebt, gleich die nächste. Ja, die sind weg. Sagst du nicht TF ist, der lebt, dann sind sie alle safe. Das hab ich auch schon mal erlebt. Hast gemacht, alle, äh, mit halbem Leben irgendwie rumgerannt. Dann, TF war, äh, wieder revived, keiner hat gecheckt und dann, äh, hat uns alle darum gemacht. Ja, der guckt, der guckt, der guckt direkt, ob nur einer rumläuft. So ein dreckiger Hero, ganz ehrlich. Ich hasse den. So, der kann, der kann, der kann einfach mal alles sichtbar machen, sich überall hin teleportieren. Der, der, der macht ihn nicht sichtbar. Der, der macht ihn nicht sichtbar. Kann die Leute, gar nicht. Der, 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 der rett nur, der, mit Glück. Aber er ist total, also er ist eigentlich ziemlich leicht zu töten. Ja. Solange man, solange man irgendwie, solange man es irgendwie schafft, seine, seine Stuntkarten zu kontern, ist das eigentlich mal so. Ja. Äh, Ebola, wir gehen mal am besten irgendwo anders hin. Nicht, dass ihr hier irgendwie... Nice. Ja, dafür, dass ihr mich, äh, gegrabt habt, habe ich euch alles reingedrückt, weil ich habe. Dabei ist Twisted draufgegangen. Was ist das eigentlich für ein Schild, das, das... Ich merke, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. Oh, shit, ey. Passt auf da, ne, Moment. Oh, man. Oh, man. Ich sag's noch. Oh, ihr macht das übern Kill. Aber ihr sterbt auch. Ja, du musst sterben wegen dem Tollstieler. Oh, ich hab irgendwo den Tower geholt, komm jetzt noch. Ach, ich war ja weit. Gibt jetzt hier was von ihr? Das hat eine gute Range. Das ist jetzt nicht wirklich verrückt. Ja. Ich will auch weiter, ne, du, Kapte. Das hat... Das hat... Ah, das war richtig dumm. Ich habe Angst vor der Tf, 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 okay, er ist nicht bei mir. Ich habe einen Red Buff, ich bin jetzt der Ultra-Nahkämpfer. Immer Nahkämpfer, go! Ich bräuchte einen Blue Buff, ganz ehrlich. Den hole ich mir dann auch. Oh Gott! Ah! Ich beschütze dich! Ich liebe dich, ich liebe euch alle, ich bin mal weg, ne? Bitte, Alter, komm, 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 komm! Und tschüss! Ebola geht übelst ab alleine. Ja, mit dem sind wir alle. Ähm, ähm, ich wollte mir irgendwas kaufen, ne? Ich weiß noch nicht mehr was. Attack-Critical-Strike, nein. Oh, Zug, der Taktik! Äh, hier. Da sind sie. A, 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 Aua! Pff! Ich halte ein bisschen. Wat? Frech, frech! Sehr schön. Ich hole meine drei Tote, habe ich inzwischen auch wieder rausgebracht. Jetzt kommt normalerweise der Zeitpunkt, wo ich gefokust werde. Mal sehen. Ja, normal bist du auch schon bei 10 Stacks gefokust. Ich hab immer Angst, dass ich gefokust werde, weil ich am wenigsten Leben hab. ja, irgendwie. Ja, aber natürlich zieht immer hier einer raus wieder. Ja, aber jetzt zieht immer hier einer raus wieder. Dagebüscher. Sollten wir noch vielleicht beim Baron gucken. Gute Idee. Ach ne, falsche Richtung. Die waren Drachen machen. Ja, ne. Zu fünft. Oh man. Komm schon, den krieg dir, den krieg dir, den krieg dir. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein, 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 da waren gerade drei Stück auf einem Fleck. Ich frage mich immer noch, ob ich, ich frage mich immer noch. Ich frage mich immer noch. Ich frage mich immer noch. Haha, wie geil. Hahaha. Ich lebe noch, ich lebe noch. Nein, 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 kennen das in der Mitte. Nein, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Den krieg dir nice. Totet es. Killgeilheit ist dumm. Ich markiere hier mal das leichte Opfer. Boah, das ist ja nur eine Annie. Ey, das war so scheiße, ich brauche jetzt endlich ein Ding. Banshees, ich will nicht wieder Positionen, die dann zertauschen. Ich brauche ein Ding, geht gar nicht. Boah, hättest du das mal ein Stückchen höher gemacht. Duldi. Krass, hätt's geklappt, schade. Komm, überlegt, ihr Minions. Auch wenn das nicht... Nein, Leute, 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 Leute. Der kommt gleich von links, ich sehe da schon. Ach, jetzt kann er nicht schon kommen, jetzt wird nichts mehr. Alter Schwede, ich liebe diese Wölfe. Zu Ksichau. Ksichau. Und, ja, dann gehe ich bottom. Hätte ich nicht sagen sollen, es geht weder irgendwer bottom-und-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau-stau. Ja, egal. Hauptsache, ich habe 100 Attacken. Nein! Er klaut alles. Er klaut alles. Wie auch immer. Beides nicht. Ja, ich würde aufpassen, du stößt gleich. Geh erstmal zurück, ja. Lass lieber eine richtige Frau das hier erleben. Oh Mann, bin jeder alles aufgeregt. Vor allem bin ich nicht so klein. Ich glaube, da ist nicht viel mit weglaufen. Nein. Zu fünf, Alter, du bist ja fünf. Nee, lass lieber da bleiben. Ich würde sagen... Wenn ich einen Blue-Buff habe, dann werde ich ekelhaft. Blue-Red-Buff haben. Okay, ich nehme ihn dir. Hast mein Erlaubnis. Pro Formalda. Wieso mache ich Critical? Okay, ich bin überrascht. Warum nicht? Oh Mann. So, es dauert noch ein bisschen. Wer will denn gegen Sin 101 machen? Da verliert doch jeder. Also vielleicht eine Annie, die ein Stun-Ready hat. Die haut vielleicht auch genug Dürst raus. Äh, ich würde sagen... LeBlanc gewinnt. Auch. Nein, ich schaffte das. LeBlanc killt dich nicht instant. Doch. Und wenn du einmal... Xen, 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 glaube ich schon. Also... Ne, es kommt natürlich auch die Items an, die Xen hat. Aber... Ich würde sagen, Xen, Xen ist immer... Ja, gut. Es ist immer... Äh, der Quar ausgesetzt. Obwohl, obwohl es... Es kommt wahrscheinlich... Ich glaube, gegen Xen... Also eine LeBlanc ist bei mir eigentlich immer... ...One-Hit-Kill. So habe ich ein Gefühl, dass wir über uns im Gebüsch gerade sind. Äh, es kommt, glaube ich, immer darauf an, wer den Erstschlag macht. Es kommt, glaube ich, darauf an, wer den Erstschlag macht. Also wenn Xen zuerst draufhaut und dann mit seinem Q-Spell, also mit diesem Dreier-Talon-Strike, da... Äh... Ja, dann... Wenn er anspringt, dann musst du dich wegporten und dann machst du Siegel, Ulti und Kette. Ja, dann war's das. Für Xen. Äh, Leute, ich hab... Wollen wir ihn machen? Nomnom? Nein, 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 nein. Das tut ihr, die leben alle. Die wissen, dass wir den da machen. Wir machen den ja nicht. Wir locken sie nur hier hin. Genau. Fake Barrel. Ja, wir tun nur so, als würden sie ihn wie hin machen. Hauen ihn einmal an und rennen dann weg. Jihihih. Das ist eine offizielle Taktik. Das, pass auf, der zieht sich. Das soll ja auch ziehen, ne? Nein! Wow, der hat Banschies weh. Hat er denn Banschies? Ah, die sind auch Banschies. Ich hab meinen eigenen Schild, also von daher. Ja! Nein! Ich bin dauernd. Duh! Hier, mein Schild! Nutzt ihn weiser! Komm schon, der ist alleine, den krieg ich dir. Eiter, immer dieser Drecksschild, ne? Nice! Ken! Die anderen hab ich weggescheucht in der Zeit. So. Hütchen! Irgendwie geht mal bitte Top-Dessen? Mach ich gleich, in... Oh ja, in die Tower. Wenn der Tower down ist. Nein. Ich mach das schon. Gott, warum macht der so viel Dämmel? Ich geh schon, ich geh schon. Bin schneller da. Der macht aber... Eigentlich dürfte der ja nicht so viel Schaden machen. 100... Dings... 165? Geht ja noch. Nein, Krab, da, das sind meine Minions. Ich will auch Geld haben. Was, aber nicht genug Schaden? Ja, ich hab mir ja... Ich geh jetzt einen Banshees holen. Ja, das stimmt. Ich brauch den Blue-Buff. Äh, den Red-Buff. Andersrum. Ich brauch eigentlich beide Buffs. Also, nein. Oh, Mann. Banshees! Ready! Ich brauch mir den Globo. Irgendwas zum Überleben. Mal gucken. Hol den Schut... Wer bist denn? Hol den Schutzengel. Schutzengel. Mit dir. Ich hab 500 E-Batschwerke. Das gefällt mir. Schutzengel holt sie. Ich lehne dich mit jedem DD. Weil, wenn du noch mal kommst und noch mal Damage raushauen kannst. Also, ja. Weil sie fokussen dich dann nicht mehr im Teamfight. Sie fokussen dich vielleicht zu... Also, eigentlich der, der gefokust wird als erstes. Sollten Schutzengel haben. Weil der stirbt dann zwar. Aber, da das der E-F, der am meisten Damage macht, müssen wir es dann von ihm ablassen kurz. Und in der Zeit. Und dann mach ich wieder BOOM! Die anderen dann. Hauptsache, dein, äh... Komm, dein Benji-Spell blockt auch die Ulti von Trisset Fail. Das geht sogar. Ich glaub, das geht sogar. Wenn ich meinen E-Spell anwerfe, geht das, glaub ich, sogar. So ist den nächsten Mal ausprobieren. Weil, aufpassen da... Unser Evola, äh... Die haben nicht gesehen. Die haben gesehen, dass du allein bist. Ne, die haben nur, glaub ich... Beigelaufen mit dem Auge. Ich hab, glaub ich, eben grad den Ding gesehen. Den Arm vom Ding. Ja, die werden weg. Das war scheiße. 2,3 Geschwindigkeit, Alter. Leck mir im Arsch. 2,07 Geschwindigkeit, ja. Nice. Ich selber hab grad mal... Ajo, ein 2,3 mit dem. Nice, nice. Ja, wär zu schön gewesen. Ich will einen Menin haben, damit ich mich wieder hochgehen kann. Fuck. Die den einen... Baron machen? Ne, Baron sehen wir. Wir sind auch schon in den Sternen. Die Chill-Rot irgendwo da unten rum. Kommen wahrscheinlich jetzt alle von hinten. Ja, stimmt auch. Der wäre so Säue. Das Problem ist, die haben ein bisschen mehr Stunts als wir. Ja, und? Dafür haben wir mehr Burst. Kanzaro, rennen wir nicht so alleine rum. Hier geht's gleich in den Teamfert. Ich seh ja schon. Bleib schon mal schön hinten. Nein, der Bluboff ist meiner. Wenn überhaupt, dann könnt ihr mir. Ich hab viel weniger als... Vielleicht hab ich mir noch ein bisschen Geld, dass ich mir mein VG-Schwert holen kann. Nein, du hast nicht mehr. Ich will jetzt einen Bluboff haben. Mir Wurst. Pui, wenn du das machst, dann für dich. Der regeneriert sich wie bekloppt, ne? Ja, ich weiß nicht. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Die sehen das jetzt auch noch. Was denken die sich mal? Du seid doch die Helle der Nation. Ist dir das? Ich fand's lustig. Ich bin einfach der Durch-Trabber. Nein! Kaff da! Bin der König des Stils, also. Ten ist immer noch nicht da, das ist dir. Und Lux hat uns auch verlassen. Hallo, Kennen. Noam, noam, Kennen. Komm her. Kennen ist nie im Leben allein da. Pass auf. Grad ein Scheißspieler da, dass jeder nur auf den Gang warten. Ja. Ja, das ist eine ziemlich vorsichtige Gruppe der Erde. Ja, dann, dann würde ich sagen, jetzt komm. Jetzt geht's nicht mehr so vorsichtig los. Dann hört er auch drauf, auf den Fettzack da. Nice, nice. Was? Jetzt in der Überzahl, jetzt holen wir sie uns. Dann go. Hauptsache, ich würd's hier denn ein halbes Leben haben, mit meinem Laser. Einfach alles reingehauen. Dann greifen, oder so. Ich hab halt einen Schaden aus Rappen vom Witz. Der... Nein! Warum hast du die weggekommen? Nice. Ja, gut. Okay, das natürlich auch. Sehr schön. Hör wir. Oh, ich dachte, ich hab den in die Niveau hergekriegt, die sind super. Komm, wir machen den Tower oben. Krab da, tank mal an. Ich hab wieder Ulti, Alter. Was geht denn dann? Hm, unfair. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet, sondern... Ja, der Bär. Was ist denn mit dem Bär? Kommt der Bär. Steppt der hier. Tadda, Bär! Scheiße, wir haben alle Magic-Damage wegen den Tower nicht kleiner unten. Ja, wartet halt noch kurz auf mich. Fünf Minuten, damit ich die Tower... Wann, wann, waff! Jo, geil. Ich bin ja für taktischen Rückzug und heilen. Heilen! Heilen! Was? Heilen für... Für, für, für nicht Blitzcrans. Hä, wofür war denn die Ulti-Bitteschön-Nadee? Ganz ehrlich. Wofür wird's die Ultimator für, um zu spüren? Ich bin schneller wie ihr. 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 Toll, ich hab einen Rückruf. Ich hab einen Rückruf. Nein, ich hab ihn früher getrafen. Du hörst trotzdem schneller da. Hahaha. Nein, ist er nicht. So, ich bin... So, jetzt hab ich mein super Werkzeug wieder. Mach mal jetzt Ballung am besten. Nein. Ich hab ihn nicht mehr. 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 Aber die Szene mit Luchs ist, dass man später dann eigentlich überhaupt nicht mehr stirbt. Jedenfalls sehr selten. Ich bin ja nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Denken jetzt, guck die, denken schon, dass wir Barrel machen. Deswegen zeigen die sich grad nicht. Die warten bestimmt da auch schon. Das war schon, das ist die Stimme vor dem Schwun. Stille vor dem Schwun. Da sind sie alle. Top lane, top lane. Soll ich mal Laser reinschießen, hat ja nur 30 Sekundenabrillingzeit. Auch um Rillingzeit. viel zu weit weg so weit geht so weit geht er nicht mehr stimmt leider soll aufpassen wir wissen jetzt dass wir hinter ihnen sind ich hab ne idee hier macht da oben ich mach backdoor ich hab Angst okay push unten einfach alles durch jetzt okay dann jetzt jetzt pushen sie richtig er war so die mann anke er kann kiel vor allem und das entgegen ist der entgegen und verbacktes entzünden und verbacktes entzünden und auch auf jeden nur noch nicht haben sehen okay so er hat das war die Kontakteurin die nur was nicht sehr schön was sagt ihr ich würde gern die Sets zeigen aber ach das ist was ich zeige es einfach die Sets zentro interlekt